Fast zwei Monate sind vergangen und ich habe immer noch keine Folge Frag den Analbaron mehr rausgehauen. An dieser Stelle will ich sagen, es tut mir nicht leid. Aber dafür will ich ab sofort jeden Freitag eine Folge raushauen. Dann fangen wir am besten mal jetzt mit der ersten Frage an. Dein Name schreibt, Hashtag Frag den Analbaron, würdest du ein Video mit deiner Mutter aufnehmen? Also, da müsste ich wirklich mal meine Mutter fragen, aber warum nicht? Multicrashy schreibt, Hashtag Frag den Analbaron, was willst du noch alles auf YouTube erreichen? Ich habe viele Ziele auf YouTube und auch ein sehr großes Ziel, nämlich will ich deine Mutter ficken. Da nicht jeder Bürger hier in Deutschland Ironie versteht, will ich nochmal klar machen, das alles, was ich hier sage, sind nur billige kleine Jokes. Der Text schreibt, Hashtag Frag den Analbaron, lieber eine Million Euro bekommen oder auf YouTube 500k. Also, ich denke, für einen YouTuber ist es wichtig, natürlich viele Abonnenten zu haben und für einen Typ, der jetzt nicht so finanziell unterstützt wird von den Eltern oder einfach nur arm dasteht im Leben, für ihn wäre natürlich die Millionen Euro wichtiger. Aber in diesem Falle würde ich natürlich die 500.000 Abonnenten wählen. Heute haben wir eine sehr weltbewegende Frage am Start, nämlich schreibt mir der Abo Next.TV, ob ich lieber Bananen oder Äpfel mag. An dieser Stelle will ich dir sagen, du Hurensohn, ich will deine Mutter ficken. Zu guter Letzt will ich euch ein Clip präsentieren, den ich vorhin auf YouTube entdeckt habe. Ausländer raus! Ausländer raus! Ausländer raus! Aber lustig finde ich es schon von diesem Afroamerikaner, dass er versucht, die Ausländer aus Deutschland zu vertreiben.